Herzlich willkommen bei Lubera. Mein Name ist Markus Kobbelt, ich bin Gründer und Besitzer von Lubera. Lubera steht für mehr Frische und mehr Auswahl. Mehr Auswahl, weil sie bei uns wie 5'000 verschiedene Pflanzen auswählen können. Viele davon produzieren wir selber in unserer Bauschule, hier in St. Galler Rindtal, alle Rosen, alle Blütenstriche, alle Obst- und Beerenpflanzen, alle Bodendecker. Und andere Pflanzen kaufen wir für unseren Lieferanten unter anderem hier in der Region zu. Wenn ihr jetzt bei uns bestellt, dann wird direkt die Pflanze, wenn sie gerichtet wird, aus unserem Betrieb genommen oder unserem Lieferanten im Produzentenbetrieb – wir kaufen immer nur bei Produzenten ein – im Produzentenbetrieb abgerufen und kommt dann frisch zu euch nach Hause. Wenn man in einem Gartencenter einkauft, in einem Baumarkt einkauft, dann ist die Pflanze beim Produzenten abgerufen worden, ist über Verteilzentren in den Laden gekommen, steht vielleicht schon Wochen und Monate lang umeinander. Bei uns kommt es immer frisch aus der Produktion. Darum gärtnern sie weiter – am liebsten und besten natürlich – mit Lubera-Pflanzen. So. So. So.